Herzlich willkommen bei Expertenberaten. Wir haben heute einen neuen Testartikel bekommen und zwar von der Firma TZS First Austria. Quasi ein Grill, einen intelligenten Elektro-Tisch-Grill könnte man sagen. Und zwar das Modell FA-53-44-3. So sieht das Ganze aus. Die Vorteile sind, er ist antihaftbeschichtet, er hat eine Oberfläche, eine Grillfläche von 25 cm in der Tiefe und in der Breite 31 cm. Er ist höhenverstellbar, er wird mit 2100 Grad betrieben, also da ist ja nicht Power dahinter. Man kann ihn 180 Grad öffnen und er hat einen Auffangbeckenbänk für das Fett. Geliefert wird er in dieser Verpackung, wir haben ihn jetzt schon mal ausgepackt. Es wird noch mitgeliefert eine Bedienungsanleitung und ein Garantienweis, Bedienungsanleitung in den unterschiedlichsten Sprachen. Eigentlich ist er fast selbsterklärend. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Was er zu bieten hat und gleich, wie er funktioniert, wie er grillt. Also er hat hier vorne ein Display, ich kann ihn einschalten, ich kann ihn manuell bedienen und ich kann vorgefertigte Knöpfe nutzen, wenn ich zum Beispiel gefrorene Lebensmittel backen möchte oder grillen möchte. Ich kann Bacon, Chicken, Sausage, Beef, Fisch und Burger einstellen, alles auf Englisch hier. Ich wähle dann aus, ich kann hier auswählen, well done, medium, raw, wie soll das Fleisch werden. Und ich habe hier halt die Grilloberfläche in der Tiefe 25 und in der Breite 31 Zentimeter. Diese Grillflächen kann ich hier rausnehmen, wenn ich sie dann reinigen möchte. Ganz einfach rausnehmen, zack. Und dann kann ich das Ganze hier praktisch reinigen. Und dann hier wieder reinklicken. Zack. Und das Ganze hier oben auch. Dann kann ich das hier quasi hier oben rausnehmen und dann wieder einklicken, wenn ich es gereinigt habe. Das Ganze lässt sich hier praktisch öffnen und runterdrücken. Ich kann super Burger mitmachen und ich habe die Möglichkeit, das Ganze auch in der Höhe zu verstellen. Denn wenn ich zum Beispiel Burger habe oder ich es nicht ganz drauflegen möchte, dann habe ich diese Möglichkeit. Ein super Grill der Firma TZS First Ost hier. Eine super Fläche. Also es passen zwei beziehungsweise drei große Stück Fleisch drauf. Ideal auch für Burger in der Küche, wenn man Burger zubereiten möchte. Das Ganze wird mit dem Netzstecker betrieben. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir damit Würstchen grillen, wie das Ganze funktioniert. Dazu stecken wir in die Steckdose. Es ertönt dann direkt ein Piep-Geräusch, dass er quasi Strom hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier mit den Würstchen funktioniert. Wir können ihn jetzt hier anmachen. Man hört direkt. Also es ist Power drauf. Und ich könnte jetzt hier unten auswählen, Sausage. Sausage. Dann sagt er Preparing Heating. Also ich wähle das im Prinzip aus und dann bestätige ich mit Okay. Mein Programm. Er heizt jetzt auf. Mal gucken, ob man schon was merkt. Es wird schon langsam warm hier. Also es geht relativ schnell. Bei 2100 Watt sollte das auch der Fall sein. Und jetzt kann ich im Prinzip das Ganze auch natürlich offen lassen, wenn ich meine Würstchen grillen will. Für die Burger. Die Würstchen müssen ja nicht unbedingt von oben gegrillt werden. Ich kann jetzt hier die Würstchen drauflegen. Und wir schauen mal, wie schnell diese Würstchen dann gut werden. Die Hitze spürt man auf jeden Fall schon deutlich. Wenn man hier mit der Hand sowohl von oben als auch von unten. Was sich nicht einstellen lässt, ob man nur oben heizen möchte oder auch unten. Sondern es werden immer beide Heizplatten genutzt. Und ich könnte jetzt hier das zum Beispiel drauflegen und dann meine Würstchen gleichzeitig von oben und unten braten. Er hat ein kleines Geräusch. Hier oben ist die Lüftung. Man fühlt auch, wie es gelüftet wird. Wirkt sehr hochwertig aus Aluminium. Das hier unten aus Kunststoff. Und man merkt, direkt direkt, man hört schon. Ich kann jetzt die Würstchen hier quasi direkt leicht drehen. Das Ganze geht wirklich rasend schnell. Hier hinten habe ich dann ein Aufwandbecken für das Fett, was ich rausziehen kann. Das zeige ich euch gleich, wenn wir die Würstchen gegrillt haben. Man merkt es jetzt schon. Also das Würstchengrillen geht wirklich schnell. Das Ganze wieder rauf. Und dann heizt da von oben und unten. Es ist leicht abschüssig. Also das Fett läuft hier runter und dann hier hinten in die Auffangschale rein. Und sehr praktisch natürlich im Anschluss, dass ich die beiden Grillflächen oben und unten einfach entfernen kann und dann super bequem waschen kann. Man sieht hier schon, wie braun die Würstchen werden. Das geht rasend schnell. Hier hinten ist das Auffangfettbecken, was dann hier reinläuft und da runterläuft. Das machen wir jetzt nochmal ein bisschen auf. Man hört schon auch das Geräusch. Und ich kann dann, wenn ich hier raw, medium oder well done für Steaks nehme, direkt habe ich die perfekte Temperatur, damit ich das Steak auch genauso hinbekomme. Und man sieht schon, die Würstchen werden wirklich sehr schnell, sehr gut. Es dauert keine paar Minuten. Und dann habe ich hier tolle Bratwürste. Wenn ich nicht immer unbedingt Lust habe, eine Pfanne anzuschmeißen oder den Grill, habe ich das echt hier sehr schnell mitgemacht. Ich könnte auch ein Sandwich drauflegen, Scheibe Toast unten, in der Mitte was rein und oben dann wieder eine Scheibe Toast drauf. Das würde auch gehen. Also man kann es auch als Sandwich Maker nutzen. Gar kein Problem. Und wir sehen hier schon die Würstchen super knackig braun. Es brennt auch nichts an durch diese Antihaftbeschichtung. Es tropft hier auch kaum Fett raus. Das mag aber an den Würstchen liegen, dass ich jetzt nur vier Würstchen drauf habe und das Ganze wieder rauf, bis die Würstchen dann fertig sind. Ein tolles Produkt von der Firma TZS First First Austria, der intelligente Elektrogrill FA53443, den wir von Expertenberaten nur empfehlen können. Weitere Informationen zu dem Elektrogrill findet ihr direkt hier unter dem Link auf Expertenberaten. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute!